Ja, hallo zusammen! Heute mal ein etwas ausführlicheres Video, damit ihr einmal seht, wie ich bei so einem Motiv, das auf dem ersten Bild relativ einfach aussieht, vorgehe. Und zwar zuallererst suche ich mir eine Vorlage aus. Zack! Diese Vorlage schneide ich zurecht, weil sie mir viel zu detailreich ist, um ein kurzes Video zu machen. Zack! Dann gehe ich hin und verändere die Farbe, weil diese spezielle Vorlage ist mir ein bisschen zu blass. Das heißt, ich verstärke die Kontraste, die Dunkelheiten werden etwas stärker herausgearbeitet und ich intensiviere die Farben. Zack! Dann habe ich eine Vorlage. Diese Vorlage habe ich hier in meinen Papierform ausgedruckt und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass hier oben ein komisches Stück noch dran ist, weil das Format meiner Vorlage nur bis hierher geht. Dann kopiere ich mir diesen Teil und schiebe den nochmal ein bisschen hoch, damit ich eine Vorstellung habe, wie mein Bild schlussendlich fertig aussieht. Und wenn ich damit fertig bin, wird die Vorskizze angelegt. In dem Fall habe ich sie mit Bleistift gemalt, was ich normalerweise nicht mache. Aber da ich hier sehr viele dunkle Farben habe, ist das nicht so schlimm. Die Bleistiftstriche werden alle verschwinden. Pinsel habe ich mir einfach mal eine Auswahl zurechtgelegt, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das Bild malen werde. An Farben habe ich Eisenoxid-Schwarz, Ultramarin-Blau, Krabbrot oder auch Krabblack genannt, Cadmium-Rot-Hell und da seht ihr, dass ich hier schon einen Fleck hatte und darüber ist mein Cadmium-Gelb explodiert. Und dann habe ich nur Titan-Weiß. Okay, kein Grün brauche ich nicht, denn wenn ich Blau und Gelb bzw. Schwarz und Gelb mische, kommt Grün raus. Wer mehr zum Thema Farbenwischen wissen möchte, dem empfehle ich ganz dringend mein Büchlein, das er bei mir auf der Webseite bestellen kann. Ich starte mit dem Untergrund und den lege ich sehr, sehr dunkel an. Dazu nehme ich Schwarz und gebe ein bisschen Gelb dabei. Ich lasse den Hintergrund als trocknen und arbeite vorne an der Wiese weiter. Und da ist natürlich deutlich, deutlich heller. Das heißt, da nehme ich mir ganz, ganz viel Gelb und wenig von dem Schwarz und ein ganz wenig von dem Blau. So, und hier im rechten Bereich ist es noch mal deutlich heller. Da kommt dann Weiß dabei und noch mal ordentlich Gelb. Es ist noch nicht hell genug, da kommt gleich noch eine zweite Schicht drüber. Jetzt kommen die Schattenbereiche. Da ist das Grün wieder ein bisschen dunkler. So, hier im Vordergrund sind eine Menge Details, die ich aber alle weglasse. Also diese Baumstämme hier, das spare ich mir. Das wird alles viel zu viel Zeit kosten. Was ich aber machen werde, jetzt hier so ein bisschen diese Schatten einfügen. Da arbeite ich mit der schon langsam antrocknenden Farbe, gebe ein ganz klein wenig von dem Rot noch dabei, damit der Farbton ein bisschen wärmer wird. Und gehe jetzt hier in die nasse Farbe noch rein und lege diese Schatten hier drüber. Und in dem vorderen Bereich hier. Und auch hier arbeite ich dann einfach nur skizzenhaft mit dem trockenen Pinsel. Und mehr brauche ich hier nicht. Jetzt ist der Hintergrund trocken und jetzt arbeite ich mit einem Borstenpinsel weiter und tupfe jetzt in zwei Schichten übereinander die Bäume auf. Also erst kommt so eine Schicht, die man kaum erkennen kann, die sich nur unwesentlich von dem dunklen abhebt. Dann nehme ich halt gelb und viel, viel blau. Und ein bisschen was von dem schwarz. Und dann gehe ich jetzt hin und tupfe das hier so auf. Wenn wir mal ganz genau hinschauen, dann sehen wir hier im Haus noch so einen etwas helleren Bereich von der Wiese. Dazu helle ich jetzt hier die Farbe so ein bisschen auf. Eher bläulich. Und lege hier nochmal so einen etwas helleren Streifen ab. Und den brauche ich vor allen Dingen deswegen, damit hier der Überstand von dem Dach, der ja im Schatten ist und fast schwarz ist, dass der sich vom Hintergrund überhaupt abhängt, hebt. Wenn jetzt der Hintergrund schwarz ist und der Schatten ist auch schwarz, ist natürlich klar, habt ihr keinen Kontrast. Dann könnt ihr das gar nicht erkennen. Ich mische immer wieder von den drei Farben eine dabei, damit sich das so ein bisschen ändert, damit ich nicht überall die gleiche Farbe habe. Jetzt kommt die nächst hellere Schicht. Das ist ganz einfach, nehme ich einfach mehr Gelb. Und auch da spiele ich so ein bisschen mit den Farben. Hier gebe ich jetzt ein bisschen was von dem Rot dabei. Dann gibt es so einen sehr, sehr warmen, rötlich-gelben Farbton. Und achtet immer darauf, dass er wirklich bis an die Dachschräge oder an diese Dachgrenzen drangeht, weil nur dadurch erreicht er dann halt auch die Räumlichkeit. Bei dem Auge dann klar ist, okay, die Bäume sind hinter dem Haus, da ist noch ein bisschen Entfernung nach hinten, da ist ein bisschen Platz. Und hier drehe ich den Pinsel einfach immer wieder, damit die Pinselspur nicht immer die gleiche ist. Und auch hier mische ich immer wieder die Farben neu. Hier gebe ich zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr Rot dazu, hier in dem Bereich. Dann ist es eher bräunlich. Vielleicht hier auch noch. Ich ändere das in jeden Fall, also da halte ich mich jetzt nicht so stark an die Vorlage. Brauche ich auch nicht. Da ist so eine Stimmung kurz vorm Herbst. Und diese rötliche Farbe habe ich hier vorne auch. Und da flitsche ich einfach mit dem Borsten so ein bisschen nach oben und bekomme dann automatisch so Gräserstrukturen. Damit da ein bisschen mehr Lebendigkeit drin ist, ergänze ich die Farben hier auch noch. Gehe dann bei immer von links nach rechts, wenn ihr mal darauf achtet. So, anhand des Daches kann man ja sehen, dass das Licht von rechts kommt. Das heißt, ich muss jetzt in den Bereichen, wo das Licht ist, die Helligkeit nochmal deutlich erhöhen. Dazu mische ich jetzt hier einfach Weiß dabei. Ordentlich Gelb. Das ist so ein Gelb-Weiß, eine sehr helle Farbe. Und hier seht ihr wieder den Trick von mir. Ich mische in die bereits gemischte Farbe rein, einfach um Farbvergleich zu haben. Da kann man wunderschön sehen, dass diese Farbe jetzt deutlich heller ist. Und damit wird jetzt jeweils der rechte Teil der Bäume nochmal akzentuiert. Zum Teil gehe ich auch ein bisschen nach links. Das sind ja Bäume, die auch zu mir hin wachsen. Dann ist ein Zweig, der aber weit vorne ist und der fängt halt dann nochmal Licht ein. Auch hier immer darauf achten, dass ihr den Pinsel immer wieder mal dreht, dass es nicht immer die gleiche Pinselspur ist. So, hier geht es so ein bisschen ins Rötliche rein. Da lasse ich das Ganze so hell braun. Bräunig ist fast so Fleischfarben. So, da fehlt ja nur im Prinzip das Haus. Also, damit die ganze Sache ein bisschen besser zusammenhält, ergänze ich natürlich jetzt noch die Baumstämme. Und das ist ja relativ einfach. Dann nehme ich mir einfach das Rot mit ein bisschen Schwarz. Seht ihr, da habe ich sofort einen Braunton. Und je nachdem, wo jetzt mein Bäumchen ist, muss ich ein bisschen aufhellen. Und dann ergänze ich hier die Stämme. Hier oben deute ich das nur an. Das sind ein paar dünne kleine Striche. Und im unteren Bereich mache ich die nochmal richtig hell. Auf der rechten Seite, da wo das Licht halt drauf fällt. Bevor ich jetzt mit dem Haus weitermache, helle ich hier die Wiese noch ein bisschen auf. Und das ist ja ein extrem helles Gelb. Ganz leicht grünlich. Das heißt, ich gebe nur ganz wenig von dem Blau dabei. Das reicht mir eigentlich schon. Und nochmal weiß. Seht ihr, dass ich mit dem Borstenpinsel arbeite. Das hat einen einfachen Grund. Weil ich jetzt hier, wenn ich an den Randbezirken vor dem Schatten so ein bisschen hochflitsche, dann ist das wie so Gras, das vor dem Schatten ist und halt ein bisschen Sonne einfängt. Und damit wird das Ganze ein bisschen glaubwürdiger. Die gleiche Farbe verwende ich jetzt hier noch, um die beiden schattigen Bereiche nochmal voneinander zu trennen. Hier flitsche ich auch noch ein bisschen, damit ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, damit es halt klar ist, da ist so eine Wiese, die nach hinten weg geht und deswegen enden die Stämme auch, weil die praktisch dahinter sind. So, jetzt fehlt nur noch das Häuschen. Und da könnt ihr euch schon denken, dass es eigentlich relativ einfach ist, weil das ja alles so Brauntöne sind. Und Braun haben wir ja gerade gelernt, dass wir das mit dem Rot und dem Schwarz machen. Ich gebe ein ganz klein wenig von dem Cropp dabei. Hier arbeite ich mit dem Pinsel von oben nach unten, um diese Bretterstruktur so ein bisschen schon mal anzulegen. Das sind jetzt praktisch die Schatten der Bretter, die ich zuerst anlege. Und hier mache ich da einfach nur ein paar Strichlein, ein paar unmotivierte, wo ich gleich mit der helleren Farbe drüber gehe. Dieses Dach ist relativ dunkel, fast violett. Und dafür nehme ich heute mein Cropprot mit dem Blau. Ich gebe ein bisschen was von dem Cadmiumrot dabei. Und ein ganz klein wenig Weiß, damit es nicht zu dunkel ist. Es soll eher rötlich sein. Ich arbeite ein bisschen was mit dem Cadmiumrot noch weiter. Dann wird es leicht graubraun. Ich habe den Pinsel jetzt nicht hundertprozentig sauber gemacht, aus einem einfachen Grund. Auf dem Foto sieht es ja Weiß hier aus, dieses Dach. Und ich möchte es aber nicht ganz Weiß haben. Es soll ganz leicht gefärbt sein. Ich habe ein bisschen was von dem Violett drauf. Und dann gibt es halt so einen ganz leicht violett-schmutzigen Ton. Ist mir ein bisschen zu schwach. Dann kann ich hier noch was von der Farbe holen. So, mit der gleichen Farbe mache ich hier diese Türöffnung. Jetzt kommen so die kleinen Details, die jetzt relativ wichtig sind. Zum Beispiel hier geht so ein schräger Schatten runter, den dieses Dach hier wirft. Und der ist ziemlich wichtig, damit das Ganze ein bisschen wirklich dreidimensional wirkt. Der Schatten ist aber heller als das Dach. Das heißt, ich mische jetzt hier wieder in die bereits bestehende Farbe rein. Und helle die so ein ganz klein wenig auf. Und male dann hier. So, bisher sieht das ja wie so ein Plumpatsch aus hier. Alles sehr, sehr einheitlich. Und da müssen wir jetzt natürlich noch nacharbeiten. Da mischen wir uns ein schönes Orange. Und dazu gebe ich ein ganz klein wenig von dem Schwarz. Nicht zu viel, sonst wird es grün. Und jetzt kann ich hingehen und kann hier diese Bretter einfügen. Indem ich einfach Striche von oben nach unten mache. Weil es ein bisschen zu dunkel ist, kann ich so ein ganz klein wenig aufhellen. Es sind auch verschiedene Farben. Es sind einige Bretter, die sind ein bisschen heller und andere sind halt dunkler. Und in dem Bereich ist alles hell. Das heißt, da gebe ich noch ein bisschen Weiß dazu. Ganz helle Bretterrad. So, und als letztes kommen noch die Schatten. Die mache ich jetzt alle in schwarz. Ich kann hier nur einige Schatten einfügen. Von den Dachschindeln oder was immer das ist. Und hier natürlich den Dachüberstand nochmal schön abdunkeln. So, und damit ist das Ding erstmal fertig als Skizze. Jetzt kann ich natürlich hingehen und das noch wesentlich ausführlicher herausarbeiten. Die ganzen Feinheiten noch mehr machen. Zum Beispiel, dass hier mehr Kontrast ist. Dass ich hier hinten das Grün ein bisschen vertiefe. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Dann kommt das Hausdach ein bisschen besser zur Geltung. Jetzt könnt ihr schön sehen, wie das Dach optisch sich deutlich besser vom Hintergrund abhebt. Das gleiche könnt ihr hier noch machen. Es ist immer noch ein bisschen zu dunkel hier im Hintergrund. Wie gesagt, das sind Spielereien, die ihr dann machen könnt, wie ihr lustig seid. Okay. Das ist meine kleine Anregung für euch zum Nachmalen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen, denn ihr konntet was mitnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.